Ich habe mich privat jemanden angeschrieben über Instagram und der hat mir die Frage gestellt, hey, ich habe ein fachärztliches Gutachten gemacht und bin da leider durchgefallen und muss jetzt eine MPU machen und brauche auch einen Therapienachweis. Und das ist etwas, was leider mir schon in den letzten Jahren immer wieder auffällt. Leute, geht nicht ohne Plan, ohne vorher mit irgendeinem Berater mal anständig gesprochen zu haben zu einer fachärztlichen Untersuchung oder auch zu MPU. Weil viele wissen nicht genau, wie sie diesen Gesprächsfluss da kreieren sollen, was sie sagen wollen und viele Menschen belasten sich da immer extrem. Bei dem Fall war das so, der hat mir die Seite geschickt aus diesem Gutachten. Ich habe gesagt, hey, schick mir mal diese Seite aus dem fachärztlichen Gutachten, was du da so alles gesagt hast. Und die Person ist 2015 aufgefallen mit geringen Cannabis-Werten. Und die Führerscheinstelle hat das dann festgestellt und wollte einfach wissen, okay, warst du jetzt ein einmaliger Konsument, ein gelegentlicher oder ein regelmäßiger Konsument? Und das muss quasi der Arzt dann beantworten und deswegen ist es dann dieses fachärztliche Gutachten oder auch medizinische Gutachten. Der ist dann da hingegangen und hat gesagt, dass er seit seinem 16. Lebensjahr konsumiert hat, bis zu seinem 25. Lebensjahr, also bis zu dem Jahr, wo er aufgefallen ist im Prinzip. So, dann ist er durchgefallen. Und jetzt machen dann viele diesen Fehler und geben dann dieses Gutachten bei der Behörde ab, bei der Führerscheinstelle, weil sie denken, okay, ich muss es ja abgeben, die wollen das ja von mir. Und das ist ein riesiger Fehler, weil das dann aktenkundig ist in deiner Führerscheinakte. Und wenn du einen fast 10-jährigen Konsum zugegeben hast, dann ist es klar, dass du abhängig warst und dann brauchst du auch einen Suchthilfe- bzw. Therapienachweis und auch eine ganz lange Abstinenz. Und das wissen viele gar nicht. Hätte die Person das Gutachten jetzt nicht abgegeben, dann wäre sowieso der Führerschein eingezogen. Es wäre sowieso die MPU dann angeordnet werden oder worden. Und dann ist das so, wie es ist. Das heißt, ob du dieses Gutachten jetzt abgibst und es ist negativ, dann bekommst du die MPU-Anordnung. Gibst du das Gutachten aber nicht ab, würdest du auch die MPU-Anordnung geben, nur bei der MPU. Dann würden die nicht genau wissen, was du alles gesagt hast. Und dann ist es einfacher, die Untersuchung zu bestehen, auch mit einer verkürzten Abstinenz etc. pp. Auch bei MPU-Gutachten, da habe ich schon Sachen gelesen, da ist beispielsweise jemand mit Cannabis aufgefallen, dann gestillt er noch ein, über eine langjährige Zeit Kokain-Konsum gemacht zu haben, also regelmäßigen Konsum, andere Substanzen. Und die Leute geben diese Gutachten dann ab. Und es gibt da keine Abgabepflicht. Wenn die Führerscheinstelle dir ein FEC anordnet, also ein fachärztliches Gutachten oder eine MPU, und du dann diese Untersuchung machst und du es leider nicht schaffst, dann bist du nicht verpflichtet, das abzugeben. Wenn du dann nämlich nichts tust, dann sagt die Führerscheinstelle, okay, die Sache ist hier gegessen, Antrag wird dann gegebenenfalls storniert, Führerschein ist weg und die Sache ist durch. Du kannst dann jederzeit, ohne dass es irgendeine Sperre oder so gibt, einen neuen Antrag stellen und dann kannst du nochmal ganz normal der Führerscheinstelle angeben, wo du die Untersuchung machen möchtest und kannst dann im Grunde die erneute Untersuchung machen. Und das war es auch schon. Und deswegen ganz, 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 ganz wichtig, wenn du dieses Führerscheinproblem hast und du musst ein FEC machen oder eine MPU, mach das nicht ohne Plan. Nur weil mal irgendjemand im Internet geschrieben hat, oh, ich habe es auch ohne geschafft, ein anderer hat auch ohne dich irgendwas anderes geschafft, was du nicht geschafft hast. Du kannst davon nicht ableiten. Was ich einfach sagen möchte, ist, dass du diesen Schaden dadurch vergrößern kannst. Stell dir mal vor, du hast hier eine große Wunde an deinen Armen. Und das ist richtig am Bluten. Was machst du? Du rufst den Krankenwagen an, weil du nicht genau weißt, was du machen sollst. Natürlich würdest du es abdecken, aber mehr kannst du auch nicht machen. So, und du kommst jetzt nicht auf die Idee, dir selber da irgendwie, dich selber zuzunehmen oder dich selber zu operieren. Klingt jetzt ziemlich abgehoben und sehr abstrakt, aber das ist im Grunde so. Viele, die dieses MPU-Problem haben, versuchen sich selber zu operieren, obwohl die gar keine Ahnung haben, was sie da genau tun. Und dann wird dieser Schaden noch größer. Oder dann fängt es an, sich zu entzünden, geht auf andere Organe. So kann man sich das im Grunde denken. Und ja, dann gibt es wieder die anderen, die sagen, oh, das sagt ihr jetzt nur, weil der Kunden bekommen will. Natürlich ist es so, dass dieses Thema so komplex ist, dass es wichtig ist, von Anfang an das Thema richtig in die Wege zu leiten, ohne den Schaden dadurch noch größer zu machen. Und deswegen ist es einfach nur ein streng geheimer Tipp für mich an dich, dass du dich einmal richtig informierst, bevor du angehst oder dieses große Problem angehst mit einem richtigen Leitfaden. Deswegen biete ich dir auch an dieser Stelle einfach mal an, dass du dich bei mir für ein kostenloses MPU-Beratungsgespräch über eine Videotelefonie eintragst. Das ist super einfach gelöst. Unter diesem Video ist eine Videobeschreibung. Da ist ein Link, der führt dann zu dieser Website. Und da kannst du dich direkt eintragen zu einem kostenlosen Beratungsgespräch. Danach rufe ich dich am Telefon zurück. Und dann vereinbaren wir auch einen direkten Termin zu diesem Videogespräch. Und dann erkläre ich dir dieses Thema einmal besser und ausführlicher. Ich werde auch fragen, wer du bist, was bei dir passiert ist. Ich werde dir auch ein paar Fragen stellen, die dir die Gutachter später stellen bei der MPU. Ich kann dann auch sehen, ob deine Antworten passen oder ob das einfach nicht reflektiert genug ist. Und auch noch zeige ich dir, wie wir deine Abstinenzzeiten verkürzen können, sodass du keine zwölf Monate Abstinenz nachweisen musst. Deswegen trag dich ein. Ich freue mich auf dich. Bis dahin alles Gute. Dein Dustin. Am meisten bei SIDURA hat mir gefallen, das waren die Online-Webinare, wo wir uns zusammengesetzt haben und haben über das Ganze geredet, sodass man sich auch entwickeln konnte. Nach und nach immer mehr und auch Sicherheit bekommen hat. Also diese Sicherheit, die ist wichtig.